Willkommen am Fraunhofer Institut für Chemische Technologie ICT in Pfinsttal bei Karlsruhe. Unseren Hauptcampus mit über 100 Laboren, Techniker und Testzentren auf 21 Hektar Gelände können wir durch den Einsatz von Windenergie, perspektivisch in Kombination mit Photovoltaik, zunehmend klimaneutral betreiben. Aktuell sind wir 540 Mitarbeitende, davon ca. 80 Studierende und 20 Auszubildende. Wir legen großen Wert auf die Skalierbarkeit von Prozessen und die Überführung unserer Forschungsergebnisse in die industrielle Anwendung. Unsere Arbeit verteilt sich auf vier Kernkompetenzen. Bei den chemischen Prozessen entwickeln wir neuartige, ressourcenschonende chemische und verfahrenstechnische Prozesse im Labor und im technischen Maßstab und decken dabei die gesamte Prozesskette ab. In der Kunststofftechnologie erforschen wir nachhaltige und kreislauffähige Kunststoffe für den Einsatz in der Praxis. Von der Polymersynthese über Verarbeitung, Bauteilentwicklung und Fertigung bis hin zum Recycling. Eine nachhaltige und beteilbare Energieversorgung sowie der effiziente Umgang mit Energie sind die Schwerpunkte unserer Kernkompetenz Energie und Antriebe. Bei den Energiesystemen befassen wir uns mit elektrischen Energiespeichern für mobile und stationäre Systeme. Antriebssysteme umfassen sowohl Lösungen für elektromotorische als auch für verbrennungsmotorische Antriebe. Diese Systeme werden bei uns konzipiert, konstruiert, simuliert und im Versuch validiert. Bei der Explosivstofftechnik und Sicherheit bearbeiten wir aktuelle Fragestellungen in den Themenfeldern innerer und äußerer Sicherheit. Beispielsweise die Detektion von Explosivstoffen an Flughäfen oder die Ausbildung von Spürhunden. Neugierig geworden? Melde dich bei uns. Kreative Köpfe mit Forschungstrang sind bei uns immer richtig und willkommen.